äh ja ähm ähm ja perfekter start ins video ja auch nicht äh hab ich doch gedrückt was passiert ähm ok hast du? ja oh ja ich komm verkrückt oh ne jetzt hab ich B gedrückt was voll geil erstmal zurück zur Base während der Base in der Base ich merk schon es ist so ein Chaoten was für Video schon hab ich aus Versehen Z gedrückt toll mein Speed ist abgelaufen yeah durch worden boah die ist ja richtig schnell mit deiner E ja und Schuhen und hätten wir das Dings ähm äh den den Speed von Anfang nicht verbraucht indem wir rumgestanden haben ich nix hingekriegt hab ach gehört alles zur Show waaah war Absicht man muss den Leuten ja was bieten können ich ne ja jetzt hab ich den Spruch vergessen den Jinx grad gesagt hab ich bin ich bin ich bin schnell verstärken sie findet mich nicht bevor unten vergewaltiger kommt als klar ach so geht schon los wow diese 60 Schaden die Fanfare wird lauter ich glaub das Spiel ist viel viel zu laut war bei mir von auch also eben gerade jetzt eben gerade da musste ich leider stehen manchmal 60 so das wirst du gefunden ja immer bei Skype ähm immer dieselbe Lautscherke du bist perfekt äh dieselbe Lautscherke wie ich im Video aber wenn Felix da ist das tausendmal lauter ja oder leise weiß ich selbst boah auf zu ping alter warte K6 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 ich glaub da hat jemand gerade ja ist Huch ähm Och Junge Ich glaub der kennt mich ich glaub ich hab ihn total ich hab ihn total falsch geschrieben KUAH aber ich hab ihn richtig falsch geschrieben das ist russisch und englisch oder K6 K6 go top K6 achso oh äh drei Minuten wir sind hier schon nix wie die Zeit vergeht ach wie schnell du erwachsen wirst eine Symphonie der Gerechtigkeit warte ich und erwachsen ne oh mein Gott first left du bist doch eher hier die erwachsen ähh guter Scherz ich hab gehört seit der Aufnahme von GTA bis zum 20 Jahre älter geworden ja also wann war das wieder mit GTA achja wir spielen ja Intro also äh sehr schön ich bin sehr froh dass du normales spielst du bist ja richtig drauf ich glaub ich hab einfach nur tausendmal gegen Intro gespielt okay lange Zeit ja trotzdem verkriegst du den vorn das ist irgendwie traurig der Rand ist auch neu kann das sein bei der Map okay okay ach Junge Giere jeder beschwert sich über K oh oh Gott was ist das denn was hab ich gedrückt nein was kann die überhaupt äh achso das wollte ich ganz gern ähm Alter wie krass ähm äh ihre Q macht also Heald also die heilt so und macht Schild macht Schild macht ein Schild macht ein Schild über jeden der am Pals steht du solltest sowas gern ähm und die 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 W macht die W ist blau ne äh ne grün achso nein das ist die W der was ist blau Q okay ähm Q macht also das macht den Gegnern Schaden die W heilt und gibt ein bisschen Schild das wird vorausgehen ähm und die E macht dann sozusagen die schneller okay alles also alles in ein was ist jetzt war noch was ist jetzt war noch Mist äh hier tut mein Kanal spähen bis so bloß fahrt ich mal auch weg das was du von gemacht hast okay okay tut oh Gott falsche Seite was bringt die Quästen eigentlich die man immer mittendrin bekommt äh das zeig dir an was du machen musst generell so um Gold zu kriegen oder oder nicht zu sterben okay ich kann mir mein erstes Item noch nicht kaufen wie eklig äh mein erstes Item naja falls Leute sich in den Kommentaren beschwert warum ich vielleicht die falschen Sachen kaufe ich hab null Ahnung davon äh was du nee geht grad nicht ja gg gg easy report Gegensatz zu jemand anderes die zufälligerweise auch mit wirkt grad im Video die hat eher Ahnung naja im Ranked vorhin habe ich relativ verkackt auch wenn ich sehr positiv stand ich hab trotzdem verkackt manchmal muss man verkacken um nächste Runde zu gewinnen ja okay das ist wahr ähm Metall und Stich in der einen Runde 7-3 eine Runde eine Runde später spiel ich mit Oriana Ranked 2 14 also es kommt sehr drauf an wie man spielt und wie oft man die Champions äh Champions gespielt hat und wie gut man generell mit denen ist und Talon ist wirklich leicht ähm die stürmen grad vor ja ich komm gleich ja okay doch gibt's äh harmonisch schaffen äh äh sch nur gemeinsam sind wir stark ich werd hups ja greif doch an ähm ey cool was kann die R die R äh die macht ähm die wirft so also sie wirft so ein Schleier so gesagt so ein Feld vor sich und dann tanzen die Gegner für eine Weile das heißt sie kriegen Schaden und sind gestand aber es ist ein bisschen ich hasse mein Leben ich habe meinen Wort nicht hierhin gestellt sondern direkt davor schon wieder ach ist ja nicht so schön innerhin stimmt ist ja keine Ahnung innerhin spielen wir ja nicht gegen Bots ja also es sind ja nur echte Gegner ja manchmal muss man sich halt ein besser besser hoch stellen als es eigentlich ist das war noch mal angriff die kuh das blaue ja aber das geht nicht auf tower nur auf champion achso terminiert also ich würd sagen wir sind besser als die zwei Flugzeuge oder ja war das jetzt zu hart ach hart es sind doch nur Flugzeuge es waren Flugzeuge kurz oh man ernsthaft geweckt ich hatte für einen kurzen Moment Angst dass es nicht gut Yoshi ist legendär das war mir schon davor bewusst ich wünschte ich würde generell auch so viel Schaden machen oder die Gegner werden so ein stopp blöden kalio der neue Rework ist scheiße aber ist tot ja alter was hast du denn heute gefrühstückt du 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 bist ja richtig krass ähm bist du ganz vorgerückt ähm bist du ganz vorgerückt ähm psst ah okay ich werde jetzt übrigens sterben nein ich werde drunter stürmen du musst den Ton kriegen wir doch nicht mehr hast äh hast du deine weh ja ich mache mal weh und jetzt mach eh 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 mach eh mach eh mach eh mach eh weg nein nein ich kann dich nicht steh ich lassen ah alles gut dann ehr dich nicht oh god hast du die oder los oh god wenn schon sterben wir beide ne oder oder gar nicht ist einfach zu krass für das spiel ja das ich glaube bei die ist Fertigkeitsstärke gut oder hm bei die ist bestimmt Fertigkeitsstärke gut ja sauer das wieder fünf stunden bis man da oben rankommt guck mal werken es gut in der zeit ich sehe zwar nicht wie viel lang 13 minuten ne ja das ist auch gut das ist nicht so na da wo bist du wo bist du komm mal zu mir komm mal zu mir komm mal zu mir stirb da und jetzt sitz mal eh ein und geh nach oben mit mir hoch 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 wenn du deine ehre hast jetzt wieder deine ehre ein wenn du deine ehre hast jetzt wieder deine ehre ein gestern gl esquematos okay g ha komm ince wir haben jetzt noch ganz ganz wenig zeit ja Ja. Oh, ich muss aufhaben. Guck gleich vor. Ja. Tja. Hat sich ausgetomt. Einfach zu krass wie das Spiel. Achja, du bist ja auch in der ISL. Erzähl mal davon was. Na klar. Es ist sehr hart. Ich fühl mein Panto. Es ist hart, männlich. Ah. Euer Team hat einen Turm zerstört. Und verdient man da schon gutes Geld? Oder eher nicht so? Es geht. Reift ihr schon diesen Seiler an? So. Okay. Tja schnell, ich versuche mich grad zu konzentrieren. Hauptsache ganz links auf der Map stehen noch alle roten Pläne. Äh. Tja. 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 dieser Schmerz mehr er hat gleich verloren schicken Peter Blum er war das nächste Mal um wenn du möchtest vielleicht wenn du nicht aber man drückt anfing und danach mit wenn du möchtest wie jetzt? die Bots achso, ja also anfangen wir das nächste Mal ok willst du die Verabschiedung machen? absolut negativ